Einteilung der Betriebsarten nach der Leistungserstellung. Eine Einteilung der Betriebsarten können wir anhand von folgenden Kriterien vornehmen. Einerseits anhand der Betriebsgröße, anhand der Leistungserstellung und andererseits nach der Branche. Im letzten Video haben wir uns bereits mit der Einteilung nach der Betriebsgröße beschäftigt, weshalb wir uns jetzt in diesem Video mit der Einteilung der Betriebsarten nach der Leistungserstellung beschäftigen. Zuerst können wir hier mal drei Bereiche unterscheiden bzw. drei Betriebsarten unterscheiden. Hierzu zählen einerseits mal der Betrieb der Urproduktion, die Produktionsbetriebe und zu guter Letzt auch noch die Dienstleistungsbetriebe. Sehen wir uns aber zuerst einmal den Betrieb der Urproduktion an. Und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um Betriebe, welche in erster Linie auf die Gewinnung von Rohstoffen spezialisiert sind. Wenn Sie hier beispielsweise nur an den Landwirt bzw. den Bauern um die Ecke denken. Die zweite Betriebsart nach der Leistungserstellung sind die Produktionsbetriebe. Und Produktionsbetriebe stellen einerseits Konsumgüter oder aber auch Investitionsgüter her. Als Beispiel hierfür können Autohersteller oder aber auch Produzenten von Maschinen genannt werden. Und zu guter Letzt kann im Rahmen dieser Unterteilung, also in der Unterteilung nach der Leistungserstellung auch nur oder können auch noch die Dienstleistungsbetriebe genannt werden. Und Dienstleistungsbetriebe produzieren nicht im klassischen Sinne Waren oder Güter, sondern liefern eben Dienstleistungen. Typische Beispiele hierfür wären Banken oder Versicherungen.